Das ist krank. Guckt's euch mal an. Ja, Lull! Was habt ihr denn hier gemacht? Eine kleine Erklärung dessen, was euch jetzt erwartet. Und zwar haben wir einen Server aufgesetzt mit einem Chunk 500x500, ähnlich wie im Ameisenglas. Nur der Unterschied ist, dass es keine Möglichkeit gibt, eigentlich bis an die Decke zu kommen. Das heißt, man kann sich das ungefähr vorstellen wie einen riesigen Erdwürfel und man kann nicht an die Oberfläche kommen, ja? Auf Ehre, so läuft der Hase. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal an, was nach 24 Stunden PvP auf diesem Server passiert ist, oder? Das machen wir mal. Okay. Gehen wir mal rein an alle Mitspieler, die drauf auf dem Server waren. Stream-Event.revinza.tv, ihr wisst Bescheid. Alter, ich sehe jetzt schon, ich werde hier schon direkt zugespampt. Eichelnuss darf nicht raus. Okay, gehen wir mal zu Eichelnuss. Was hat Eichelnuss gemacht? Lull, Eichelnuss ist getrappt am Spawn. Oh mein Gott, der komplette Spawn ist hier geisteskrank zerstört worden. Okay, es sind nur noch sehr wenige Spieler online auf dem Server. Das ist, das ist interessant, weil wahrscheinlich keiner mehr Bock hatte. Das haben wir uns hier gestern nicht schon angeguckt. Hier gibt es eine Kirche und alles, die ist aber auch wieder zerstört worden von innen. Die sah gestern noch ganz anders aus. Von hier oben gibt es eine Menge Bases, sehe ich gerade. Und we're talking about a lot of Bases, aber sehr viel hier zergrieved worden, Alter. Krass, Alter. Krass, krass, krass. Okay, es sind auf jeden Fall wieder sehr viele Leute, die sich oben am Himmel durchgebuddelt haben, um halt ein bisschen Tageslicht zu haben. Okay, hier die Base, die steht noch soweit. Die läuft noch hier. Bowsky Space sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Folterkeller. Revi, du bist der Beste. Wo hast du hier einen Folterkeller? Ich will gar nicht wissen. Gut, reden wir nicht drüber. Keine Ahnung, Alter. Alter. Die Base hier war gestern noch komplett full. Die ist komplett zergrieved worden. Ey, ich glaube sogar. Also, es ist ja fast schon safe. Sobald ich euch die Möglichkeit... Alter, was habt ihr denn hier gemacht? Damn, Bro. Digga, ich glaube tatsächlich, dass sobald ich euch die Möglichkeit gebe, mit PvP euch anzugreifen, ihr das komplett abused. Die ganzen Bases, die hier gestern waren, die sind alle gone. Alter, hier die Base, die war gestern auch noch komplett heilig. Hier stand noch ein Haus. Hier waren Kühe drin. Nicht mehr da. Oh mein Gott. Okay, Leute, das ist insane wieder, was die hier gemacht haben. Das ist wirklich crazy, Mann. Das ist krank. Guckt es euch mal an. Alles zerstört, was die aufgebaut haben hier. Krank. Gehen wir mal zu Shadow Claw. Shadow Claw, was haben wir hier? Ja, Lull. Ja, Lull. Alles... Oh mein Gott. Haben die hier eine Mobfarm? Die haben hier eine motherf***ing Mobfarm. Ja, crazy. Ist noch nicht automatisiert, ist aber schon mal ganz nice. Okay, was haben wir hier? It's Mello's Haus. Wer, äh... Wer es kriegt, Cockschelle. Bro. Ah ja, okay. Dann haben die hier vorne eine insane Island gebaut, Alter. Ja, bei Price. Ihr bims, Digga. Ja, krank. Monster-Ära an der Stelle hier. Ey, die Jungs, die spielen einfach wie der Skywars. Die spielen einfach wie der Skyblock, Digga. Hier läuft einfach Lava runter. Keiner weiß, warum. Wahrscheinlich gab es hier die ersten Griefersuche. Dann hat es hier nochmal eine riesige Treppe nach unten. Und die führt, lass mich raten, wahrscheinlich einmal bis rüber zum Gemeinschaftsbrücke. Oh mein Gott, das geht hier noch weiter. Ehre-Männer, Crafty, Don Balbano. Lull. Hier ist noch eine Base. Insane. Insane. Ein Don Balbano muss gerettet werden. Retten Sie mich. Hehehehe. Don Balbano, Alter. Oh Junge, komm. Ich lass die. Ja, warum. Wieso baut ihr denn nicht einfach hier den Cobblestone mit der Hand ab, ihr Idioten? Mach das mal. Baut doch, ihr müsst nur eine Schicht Cobblestone mit der Hand abbauen. Das geht doch. Nee, das geht nicht. Spawn geschützt. Aber wer hat dir denn hingesetzt, die Blöcke? Hat sich hier irgendwer Admin über eine Backdoor erschlichen oder was? Hä? Man kann bauen, aber nicht abbauen. Mit Pistons geschoben. Alter. Lol. Die haben das mit Pistons da reingeschoben, Digga. Alter. Ihr seid gestört seid ihr. Die haben die die ganze Zeit gekillt und dann mit Pistons reingeschoben. Okay. Krass. Wer hat denn noch eine Base? Schauen wir mal ganz kurz, was mein Bro gemacht hat. Der steht hier einfach am End. Hier geht's ins End. Alles klar. End würde ich sagen, aktivieren wir dann noch nachträglich. Grüße gehen raus. Ey, krank, Alter. Krank, Mann. Triforce, Dude. Ich schaue mir mal ganz kurz deine Base an. Triforce, Dude. Schauen wir mal ganz kurz. Achso, deine Base ist... Ja, okay. Nevermind. Flammenkönig, Digga. Was hast du gemacht? Okay. Flammenkönig sich hier auch mit einem Spawner. Mit einem Skelett-Spawner sogar. Selbstständig gemacht. Wo man hier einfach XP farmen kann. Not too shabby, Bro. Not too shabby. Actually ganz nice. Ich habe eine Base, aber ich bin eingesperrt. Ja, wir lassen euch... Pass auf. Ich tp euch mal zu mir. Zu euch oder lasse ich euch mal raus, Digga. Das kann ja so nicht sein bleiben. Das kann ja... Lauft raus. Lauft. Die haben das mit Kolben hier hingeschoben, Alter. Komplett krank. Komplett krank, oder? Eichelnuss nicht rauslassen. Er grieft. Wenn mir jetzt der ganze Chat sagt, dass Eichelnuss grieft, dann banne ich ihn. So, wenn mir jetzt der ganze Chat sagt, Eichelnuss bannt, dann muss er... Eichelnuss grieft, dann muss er raus. Dann muss er raus. Dann muss er raus. Ja, ja. Er grieft, okay. Bann Eichelnuss. Es tut mir leid, Bro. Bro. Wieso? Eichelnuss, es tut mir leid. Alle haben es mir gesagt. Oder alle sagen, du hast gegrieft im Chat. Alter, kann ich nichts machen, Alter. Der Silver fährt doch eh morgen oder sowas runter. Okay. Shadow Claw. Revi, komm im Game Mode 0. Slash. Okay. Was haben wir jetzt? Warum? Game Mode 0. Alles klar. Ich komme. Was geht ab? Ich bin da. Ich bin im Game Mode 0. Warum? Ja, und? Also. Und jetzt? Also. Lieber vorsichtig, Bruder. Ganz lieber vorsichtig sein. Aber sowas von. Er will die Barrieren. Er kriegt die Barrieren nicht, Bro. Keep inventory, mein Freund. Und dafür hast du dir eine kleine Strafe verdient. Guck mal. So. Shadow Claw. Nur, dass du lernst, okay? Nur, dass du einfach lernst. Weißt du, was ich meine? Du musst lernen, Shadow Claw. Verstehst du? Triforst du. Zeig mal deine Base. Alter. Alles gegrieft hier. Oh. Shit, Bro. Oh nein. Die Base war so schön, Junge. Alles. Ach, Junge, Alter. So. Ab dafür. Äh, Digga. Hier ist alles gegrieft worden, Jungs. Shit. Pass auf, ey. Guck mal hier. Bro, das tut mir so leid. Hier. Hoffentlich. Hoffentlich lebst und lachst du. So. Schau hier. Kannst dich verteidigen mit einem OP-Apfel. So, Bro. Damit deine Base wieder funktioniert, Alter. Junge, Junge, Junge. Trauriges Ding. Also, ich glaube tatsächlich, sobald man euch irgendwie... Sobald man euch tatsächlich... Guck mal, das ist der Unterschied. Wenn Baustyles nett fragt, kann dir mir Holz geben. Dann mach ich das gerne. Aber wenn ich im ganzen Tag zugespant werde, Bro, dann mach ich das nicht, Alter. Unsere Gesellschaft. Papst. Gottheiten. Auf Ehre. Kardinalis Melo. Obergeneral der Farmen. Bro. Soll ich dich catchen? Ich hab dein Helm schon kaputt gemacht. Hören wir auf, oder? Lieber aufhören. Sagste. Sehr gut. Äh, Bambushändler. Oh, wir waren da. Okay, die haben hier auf jeden... Junge, du Sch***. Penner, Alter. So. Schön auf jeden Fall. Hast du meine Villa gesehen? Don Balbanu. Ich schau mir deine Villa an. Spielzeug von Melo. Alter. Kiste, Kiste, Ofen. Bist du retarded, Junge. Bist du retarded. Bleib in deinem Haus drin, Junge. Bleib ganz dringend in deinem Haus drin, Alter. Du bleibst jetzt schön da. Ja, Leute. Was soll ich sagen? Interessant. Interessant auf jeden Fall tatsächlich, äh, das... It's Melo. Was hast du für ein Skin? Hm. Alles klar, Bro. Da bin ich raus. Gut. Was soll ich sagen, Leute? Interessantes, äh, interessantes Experiment. Also, ihr seht, es gibt wieder eine Base, die sich komplett durchgesetzt hat. Ansonsten. Ansonsten tatsächlich eigentlich nichts so viel Neues, wie bei den letzten Experimenten. Nimm das Holz jetzt auch, Junge. Ja, nimm das Holz doch, Digga. End machen wir euch an. End machen wir euch gleich an. Ähm, und... Ja, so viel hat sich auf jeden Fall hier auf dem Server getan. Interessant, interessant. Also, ich glaube, ähm, gesagt zu haben, yo, wir machen dann doch eventuell PvPern. Ist vielleicht nicht die beste Möglichkeit. Ich habe tatsächlich mit mehr großen Basen gerechnet. Ich glaube, nächstes Mal ziehen wir die World-Barriere viel, viel enger. So, dass tatsächlich keiner von euch hier ausbrechen kann aus der World-Barrier. Weil ich wollte eigentlich, dass wirklich alle komplett unter Tage sein müssen. Nächstes Mal machen wir oben eine Bedrock-Schicht drauf. Und machen das komplette Ding in Bedrock. Damit wirklich keiner die Möglichkeit hat, hier rauszukommen. Ein Stack-XP-Fleisch in Flammenkönig. Ich glaube nicht. Du hast schon genug, mein Freund. Alles in allem ein interessantes Ding. Viele Basen, wie gesagt, die sind zergrieved worden. Ich bin mal gespannt, äh, wie fern jetzt hier noch Weiterspieler werden. Don Albano, du wirst niemals ein 1 gegen 1 gegen Trial Max spielen, weil du sch*** bist. Ja, was soll ich sagen? Interessantes Ding auf jeden Fall. Sehr interessant, äh, wie sich das hier entwickelt hat. Trotzdem ein sehr interessantes Projekt. Die Ameisenfarm, beziehungsweise kein Tageslicht, ähm, auf großer, auf großer Skalierung mal zu spielen. Interessant aber trotzdem, dass in den unteren Gebieten, also man sieht das hier, guck mal hier. Hier ist tatsächlich relativ wenig noch erforscht in den Höhlen. Also das ist schon echt krass, bei 100 Spielern, dass hier so wenig ausgeleuchtet ist. Die oberen Höhlen sind alle erforscht. Ich glaube, die gab es ab Höhe 20, weil wir das umgemünzt hatten. Aber so ein paar Sachen hier sind immer noch, also hier ist noch sehr viel, wenn man sich das mal anguckt. Tatsächlich. Sehr viel, sorry, sorry für die falsche Szene. Sehr viel hier ist noch nicht, äh, erforscht. Guck mal. Das sind noch keine Fackeln drin, gar nichts. Bau ist geiler. Ich möchte leider kein Bildprojekt machen, Bro. Tut mir leid. Also hier ist auf jeden Fall noch einiges, was es zu erforschen gibt. Was haben wir hier? Ein Diagang auf Höhe 42, okay. Insane. Ja, keine Ahnung. Also mich wundert es sich, dass keiner gesagt hätte, ich baue mir unten eine Base. Das wundert mich wirklich. Beziehungsweise, dass es keiner überhaupt sich getraut hat, sag ich mal, bis auf Bedrock-Ebene vorzustoßen. Und dann, also wenn ich ja, wenn ich mir eine Base gemacht hätte, Leute, ich hätte sie mir hierhin gemacht. Bin ich ehrlich? Einfach irgendwo am Rand hier. Sowas hier hätte ich genutzt und mir dann eine Base hingepackt. Aber scheinbar hatte da nicht jeder Bock drauf. Aber alle wurden gegrieft. Ja, ich glaube, alle Baisen wurden gegrieft, die im Cube waren. Das stimmt. Das ist halt das Ding, ne? Das ist halt das Ding. Man kann halt nie predikten, wie das ausgeht. Aber okay. Interesting, interesting. Gut, Leute. Ich würde sagen, ich mache jetzt noch, ähm, hier schon mal Feierabend. Und das war es auf jeden Fall von diesem wunderschönen Video. Neues Projekt kommt nächste Woche auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich überlegt, dass wir sowas wie, keine Ahnung, ein abgestürztes Flugzeug oder sowas mitten in den Bergen machen. Dass man quasi keine Möglichkeit hat, runterzukommen oder sowas. Irgendwie sowas habe ich mir überlegt. Müssen wir mal schauen, ob wir das machen. An der Stelle, wie gesagt, erstmal Daumen hoch nach oben, Leute. Ihr wisst Bescheid. Das war es von diesem wunderschönen Projekt. Und ihr könnt beim nächsten Mal wieder dabei sein. Let's go. So. Ich möchte wissen, wie es ist, wenn 100 Spielern im Weltall in Minecraft leben, meine Freunde. Okay.